Dieses Jahr feiern wir den 70. Jahrestag der Genfer Flüchtlingskonvention. Zweitens ohne gibt es viele Punkte, die wir an der Konvention kritisieren können und auch sollten. Ich selbst kritisiere beispielsweise die westliche bzw. eurozentrische Ausrichtung der Konvention und auch ihre bislang vernachlässigte koloniale Vergangenheit. Die Konvention kann aber als Living Document verstanden werden. Das heißt, dass je nach den aktuellen Entwicklungen die Konvention wiederkehrend interpretiert werden kann. Und im Rückblick auf die vergangenen 70 Jahre wird auch die Relevanz der Konvention für den internationalen Flüchtlingsschutz deutlich. Verabschiedet wurde die Konvention vor 70 Jahren, im Juli 1951, also nur wenige Jahre nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg. Die Konvention basiert auch auf den Erfahrungen von massenhafter Flucht und Vertreibung und auch unzureichender internationaler Zusammenarbeit zum Schutz der Menschen im Krieg. Zunächst sollte die Konvention dazu beitragen, Schutz für Flüchtlinge in Europa bereitzustellen. Doch in den Folgejahren kamen Fluchtbewegungen insbesondere außerhalb Europas, also international, auf. Und die Kritik in der internationalen Gemeinschaft nahm zu, dass die Konvention nicht weit genug sei, nicht tragfähig genug sei. So wurde 1967 das Protokoll verabschiedet, das einen globalen Wirkungskreis möglich machte. Mittlerweile haben über 140 Staaten die Konvention und das Protokoll unterzeichnet. Das heißt, dass wir jetzt weltweit greifende rechtliche Standards im Flüchtlingsschutz haben und somit das Flüchtlingsrecht internationalisiert haben. Damit diese Standards greifen können, müssen sie natürlich eingehalten werden, müssen Staaten sie einhalten und Staaten miteinander zusammenarbeiten. Die Präambel der Genfer Flüchtlingskonvention betont, dass Flucht nicht zu zwischenstaatlichen Spannungen beitragen soll, dass internationale Zusammenarbeit für befriedigende Lösungen notwendig ist und auch, dass die Zusammenarbeit von Staaten mit UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, für die Koordinierung von Maßnahmen zentral ist. Genau hier zeigen sich aktuell aber Schwachstellen. Die Hauptverantwortung lag in der Vergangenheit und wird in der Zukunft bei Aufnahmestaaten liegen. Als souveräne Staaten sind sie verantwortlich für die Menschen auf ihrem Hoheitsgebiet und so auch für Flüchtlinge. Manche Staaten ziehen sich aber aus der Verantwortung, auch mit manchen Staaten, die die GfK unterschrieben haben. Sie setzen mitunter eher Abwehrmaßnahmen als Schutzmaßnahmen für die Menschen um. Historisch gewachsene Schwachstellen werden also immer deutlicher und es zeigt sich, dass die GfK nur so tragfähig und nur so wirksam ist, wie der politische Wille von Staaten für die Umsetzung. Genau daran müssen wir festhalten, genau daran muss die internationale Gemeinschaft festhalten und aktuelle Initiativen wie der Global Compact deuten genau das an. Denn wie sähe eine Welt ohne die Genfer Flüchtlingskonvention aus? Sie wäre definitiv eine schlechtere Welt. Wir brauchen die Genfer Flüchtlingskonvention für den internationalen Schutz von Flüchtlingen. hurtigeng Юt. faultigeng Юt. ein